Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64, der DS-Version. Und ja, wir sind hier in der giftgrünen Grotte und ja, das ist ganz streamer, also gibt es auch keine Kommentare mehr. Wario der Metallschel, ja toll. Ich glaube, das kann ich gar nicht machen. Ist sonst irgendwas hier? Warte, was haben wir hier eigentlich? Ja, toll. Fängt schon gut an mit der falschen Tastendrücken und so. Boah, er konnte dem Beispiel nicht selber. Grüne Grotte. Weißt nur, hier gibt es, glaube ich, ja noch einen, ich würde sagen einen Secret Exit, aber das ist nicht ganz Secret Exit, sondern einen Raum, wo man jemanden freischalten könnte. Da komme ich da überhaupt hin. Da ist die giftgrüne Grotte. Das hier. Mal schauen, was wir hier anrichten können. Ich muss es herausfinden, ja. Müssen wir ein anderes Level hier machen. Ah, da kann ich doch einen Punkt hoch machen, oder? Jo. Was war hier nochmal? Ah, ja, da war doch der eine Stern, oder? Oben. Wenn mich nicht alles täuscht. Denn wo wir vorhin auch schon mal gesehen haben, von diesem Gitter her, ja genau, wir sind ja auf der Seite gewesen, und wenn man da nach unten geht, ist Nessie, oder wie auch immer man ihn nennt. Ich nenne ihn Nessie, also von dem her. Ach ja, was ich an dem Spiel jetzt mag, also vor allem die View-Version, aber das habe ich schon mal gesagt, ich kann einfach so Safe-Safe setzen. Ähm, der Vorteil ist eben, jo, bei dem bekommt man auch einen Stern. Sehr gut. Wenn ich jetzt lesen soll, was er sagen, gesagt hätte, oh, du hast einen weiteren Power-Stern. Ja, klar. Ja, wie gesagt, man kann eben Safe-State setzen. Äh, wenn ich die falsche Taste drücke, das eben genau das hat. Die Kamera justiert sich auch später. Und zwar als eben, es gibt ja, die meisten Spieler ist nicht so, dass man einfach so, äh, ich kann hier einfach so zwischendurch mal beenden, mit im Level theoretisch, ohne, äh, darauf rücksticht zu nehmen. Ja. Den in der Kiste. Okay. Und das ist eben schön. Bei den meisten Spielen ist es immer so, also wenn jetzt ich das auf dem DS spielen würde, müsste ich wirklich da die Sterne und alles holen, was ich natürlich hier auch tue. Aber es ist dann, ich kann nicht an der Stelle wieder weitermachen, wo ich eigentlich aufgehört habe. Das ist eben, ein bisschen schön an dem emulierten Spielen hier auch. Also klar, es ist auf der Wii U. Wii U. Juhu. Wie weit werde ich geschleudert? Diese Dinger, ich weiß noch früher. Was haben die das markiert hier? Die Kanonen haben hier noch gar nicht geöffnet. Ja, die Kamera ansieht es trotzdem nicht gerade das Feinste vom Ei. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ah, ich kann da nicht... Äh... Okay, da schliffere ich einfach runter. Ich dachte, man könnte sich da festhangen oder so. Naja. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich dort weiterkomme. Gut, wir gehen nochmal in den Tempel. Ich glaube, da gibt es ja nochmal was. Also, die Pyramide, ja. So eines, was ich nicht weiß, ist, ob ich das zweite Fenster da, wo man immer die Levelkarte mal zieht, mal weg mache und euch zeige, wie das sonst aussieht. Oder ich könnte euch auch zeigen, ich da mal aufnehme. Also, wie das aussieht. Also, es sieht halt auch anders aus, als es für euch gewohnt ist. Stimmt, hier sterbe ich immer. Hm. Sorry wegen dem Fails, aber ich habe es schon am Anfang gesagt. Es ist nun mal einfach. Was hat eigentlich Yoshi für eine Fähigkeit? Oder kann er die Ding gar nicht verwenden? Die Flugkappe. Ach ja, ich habe im ersten Level noch was vergessen. Also, vergessen nicht, aber da ich ja jetzt hier herumfliegen kann, können wir dann noch im ersten Level was machen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Pyramide, hoffen das Beste und und ja. Oder haben die den Sterne entfernt? Könnte natürlich auch sein. Kommt man hier eigentlich? Ach ja, man kommt gar nicht rein. Es geht um den Boss. Bei mir einen, äh, ja, letzten Part kann man nicht sagen, aber für mich ist es der letzte Part eigentlich. Für euch werden es mehrere Parts sein. Also im Stream. Sagen wir es einfach so, wie es war. Im Stream aufgenommen haben. Er hätte natürlich auch einen einzigen Part draus machen können. Sagen, ja, das ist das Stream Part. Natürlich auch am besten bescheuert wäre. Der Mario sieht einfach sowas von hässlich aus, wenn er so fett ist. Da gibt es hier Sterne, da wo der Sand runter geht. Oder es gab jedenfalls mal einen. Ich glaube, hier für den 100 Münzstern muss man auch in die Pyramide gehen. Nehme ich den Stern gerade auf? Ich glaube eben schon, ne? Hier gab es frühen einen Stern. was war noch da? Aber da gab es doch früher doch einen Stern. Naja, ich weiß nicht, ob die in der DS-Version da was verändert worden ist. Anscheinend schon. Naja, wir machen das folgendermaßen. Du hast verlassen. Genau, dann sind wir auch schneller hier. Also von dem her. So. Machen wir hier den letzten Stern. Der wird etwas dauern, weil ich ja, nicht so gut im Fliegen bin. Und wir haben ja auch den genau, Mario geht in die Luft. Boom. So kommt es einem vor. Früher sahen die Blöcke hier übrigens anders aus und ich glaube, es gab mehrere Blöcke. So, das ist auch der letzte Stern, den es hier gibt. Übrigens. Wir müssen durch diese Münzringe fliegen. Ich glaube, da oben gibt es auch noch eine Flugkappe, oder? Und zwar muss man genau in der Mitte doch diese Ding fliegen. Genau. Naja, mehr oder weniger. Ah, falsche Taste. Sorry. Ich hoffe, ich konnte das gut schneiden. und sonst, ja, für euch pech, wenn es kurz ist. Das ist eben das Menü zum Auswählen für Safe States und alles so. Ach, es sind nur 5. Kimmt, der eine war ja so hoch oben. Wobei, so hoch ist es auch wieder nicht. Ah, doch. Höher, okay. Ja, anstatt, äh, R drücke ich ab und zu RZ. Naja, kann ja passieren. Haben wir einen von denen noch nicht? sind wir unsicher. Den haben wir. Früher war im Fall die Weitsicht noch ein bisschen schlimmer hier. Also, von Weitsicht war nie die Rede. Achso, wir haben ihn. Sehr gut. Also, auf der Nintendo 64 Version war das Problem, man hat nicht so weit gesehen. So, dann haben wir das erste Level komplett. Das, äh, finde ich doch super. Und, äh, ich hoffe, es wird auch so bleiben. Was wir auch die anderen komplett machen. können, natürlich. So, mir fällt gerade ein, ich glaube, Luigi für, äh, du mal im Geister-Level freischalten und den Wario weiß ich gar nicht mehr, wer in der grünen Grotte war oder sonst. Ja, ich könnte natürlich auch weiter als Yoshi spielen oder so, aber, ja. dann nehmen wir mal das Geister-Level vor, oder? Denk ich mal. Was man übrigens erst land kann, wenn dieser Geist hier erscheint. Ach, hier gibt's. Hier gibt's einen roten Münchstern. Was ist das denn? Ja, stimmt, seit der DS-Version. wilde Frage, oder? Was? Hier muss man noch irgendwas mit Luigi machen. und hier gab's doch, ich weiß nicht mehr genau, wie das genau heißt, aber irgendwas hat eigentlich das hier auf sich dieser Stern und es gibt so eine, naja, sagen wir mal Legende oder irgendwas dazwischen. Ach, hier gibt's. Stimmt, hier gibt's noch ein geheimes Level hinein, das übrigens nur auf der Visa-Version hier gibt. Ja, da, ihr habt gesehen, da oben ist etwas und das gab es damals noch nicht. Ich weiß noch, mit Luigi muss man da, glaube ich, auch hoch. Ihr denkt euch jetzt so, hä, für was ist denn der Ort? Übrigens, der ist für einen Hasen, oder für einen Hase, der so eine, ja, so einen Schlüssel versteckt. Ich glaube, diesen Münchstern gab's da wirklich nicht, oder? ne, den gab's da damals noch nicht. Wer hat den letzten Münch? der Witze ist eh, man kann schwimmen und kriegt dann sich so, aber wir hatten die letzte Münze, bitte. Ach, da ist noch ein kleiner. Ich dann, okay, ich krieg keinen Schaden. Eben wie gesagt, etwa 140 Sterne, vielleicht sind sogar mehr, wo man in der DS-Version, äh, naja, sammeln kann, und das finde ich eben super. So, wir gehen noch in dieses Speziallevel hier hinein, was übrigens, naja, ich glaube, nicht so schön ist. Die Musik passt ja nicht unbedingt. Ach, hier gibt's rote Münzen, glaube ich auch noch, oder? Naja, es gibt jedenfalls Silbersterne. Und extra Leben, na toll. Und man muss sich mit denen hochwerfen lassen? Ich weiß es nicht. Anscheinend in der Kiste hier drin. Hey! Oder gibt's keinen roten Münzstern? Nee, es gibt... Ah, stimmt, es gibt hier gar keinen roten Münzstern. Man muss einfach, äh, die Silbersterne holen. So, ich unterbreche mal hier den Zähler, denn wir machen dieses Level hier einfach noch. Wie viele Münzen kann man den hier bitteschön sammeln? Ach, der hat auch einen. Boah! Ich weiß gar nicht, wo der andere Stern die ganze Zeit herumspringt. Naja. Boah! Ach, hier ist er. Wird auch immer alles pausiert. gut. Könnte man ja fast einen 100 Münzstern holen. Habe ich nur das Gefühl, ist nicht so. Ach, du bist doch einer hier. Mario, was machst denn du? Aber ein Leben, das bekomme ich sicher noch, weil, wenn ich 50 Münzen ansammle, der hat keinen Münzstern hier. Äh, Münzstern. Genau, Münzstern. So. Ja, hat sich ja gelohnt. Diese Steuerung einfach. Also ab und so rettet das einen, aber naja. Wow. Brauchen wir dich? Ich hoffe nicht. Kommt die Bombe her. Ach, der Goomba muss noch einen Stern haben. Ich bin am Übel. Ich dachte, ich muss mich hochschmeißen lassen. Also hochwerfen lassen. Um vielleicht dann auch, äh, ja. Das zu bekommen. So, wir sammeln jedenfalls 50 Münzen. Dann bekommen wir noch ein weiteres Leben, das wir jetzt sehr wahrscheinlich gebrauchen können. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben man hier in dem Spiel haben kann. Sind es 10? Oder haben die das, äh, vergrößert. Kann man hier hoch? Ich meine, wenn wir hier Münzen sind. Muss man sich festhalten? Anscheinend muss man sich hier festhalten. Okay. Also ich muss, äh, naja, die Sprungtaste gedrückt halten. Nochmal ein Goomba. Oder ist das die Kiste? Ah, die Kiste. Dann machen wir hier noch ein Rekord. Mit Münzen. Nein, ich weiß gar nicht, wie viele Münzen man hier kriegen kann. Äh, wo kommt die Bombe wieder her? Ah. Aber der Stirn ist gar nicht auf der Seite. Müsste nur auf die Karte schauen, aber ich bin zu blöd dazu. Und wir waren ja sowieso vorhin schon da oben. Naja, das war sehen wir es wieder von Super Mario 64 der DS-Version. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, Liken nicht vergessen, weil ihr es noch nicht getan habt und euch das Video gefällt. Und ja, seid beim nächsten Mal dabei, wo wir ins Geister-Level gehen werden. Ja, also, bis es demnächst und danke. Macht's gut und tschüss. Tschüss.